ja ganz herzlich willkommen im kreativ atelier aufblühen letztes mal noch mit einem herbstkranz der wirklich so hübsch und besonders war wenn ihr das video noch nicht geguckt habt guckt es euch ganz gerne an ich verlinke euch das unten in der video beschreibung und heute soll es um einen ersten weihnachtskranz gehen und zwar hatte eine liebe abonnentin sich das gewünscht dass ich doch mal etwas zeige ohne tannengrün und was ich mir da ausgedacht habe das zeige ich euch jetzt als materialien braucht ihr erstmal ein mooskranz den habe ich hier selber gemacht aus einem strohrömer bloß moos lagen die ich dann mit wickel draht aufgewickelt habe und ihr seht dass ich hier mir kranken selber gemacht habe und zwar nehme ich da einfach steckdraht schneide den in stücke mit dem seitenschneider und biete dann wie eine haarnadel seht ihr hier die gibt es auch fertig zu kaufen und ihr könnt zehn prozent sparen guckt man in der video beschreibung da gibt es ein rabattcode damit ihr euch jetzt vor dem winter noch mal richtig schön eindeckt mit draht und mit weihnachtssachen ja dann habe ich lärchen zapfen gesammelt davon benutze ich ein paar dann seht ihr hier die kätzchen die unreifen kätzchen der erle die erne ist ja der einzige laubbaum der zäpfchen hat und das sind hier die unreifen form vorher dann habe ich ein bisschen efeu geschnitten die fruchtstände von efeu dann seht ihr hier rosmarin und ich möchte so diesen edlen silbercharakter auch noch mit reinbringen und deswegen habe ich auch noch ein bisschen eukalyptus aus dem garten genommen dann habe ich hier zwei längere efeu ranken ja und dann seht ihr hier vier kerzen mit kerzenhalter und die kerzen sind so in einem schönen salbei farbe hellsalbei beziehungsweise mint dann seht ihr hier zahlen die man an die kerzen anbringen kann beziehungsweise auch in den kranz stecken könnte ja ich werde das ganze hier auf diesen baumstumpf trappieren dann kommt das gleich höher und hat diesen schönen natürlichen charakter ja ich fange einfach jetzt an mit meinen ranken ich nehme hier meine efe ranke und dazu habe ich eben hier meine krampen vorbereitet und legt die einfach hier bisschen mittig an und befestige die dann mit meinen krampen und ich lege die natürlich so dass die blätter dass man die blätter schön von außen sieht und an den wenn das ein bisschen schwierig rein geht dann nehme ich mir einfach noch ein werkzeug und schiebt da noch ein bisschen nach so das mache ich jetzt hier hinten auch noch mal so und jetzt ja möchte ich noch eine zweite ranke die setzt sich etwas höher an und werde die auch wieder mit meinen krampen befestigen und wie gesagt wenn die manchmal so ein bisschen schwer reingehen jetzt geht sie gerade gut rein dann nehme ich einfach meinen seitenschneider und drückt dann einfach da ein bisschen nach und das hilft mir dann dass das problemlos reingeht und jetzt kann ich gucken dass ich zum beispiel auch meinen draht den ich als wickeltraht für mein moos genommen habe kann ich als steckstart sozusagen nutzen und steckt da einfach hier das ende von meinem rosmarin stiel rein und gehe dann auch wieder einfach rum und steckt dann wieder mit meiner krampe den meinen rosmarin in meinen mooskranz hinein so gehe ich jetzt mit meinen ganzen materialien vor jetzt nehme ich hier mein eukalyptus meiner eukalyptus stiel und frieme mir denn auch hier schön an meinen kranz heran und befestige dann auch wieder dass an einer markanten stelle eben mit meinem mein krampen und auch hier mit meinen efeu ständen mit den frucht ständen da kann ich jetzt auch einfach zwischen die ranken gehen und kann mir das so schön mit einflechten und zum teil brauche ich dann noch nicht mal steckdraht weil ich das dann einfach unter die ranken und stiele schieben kann und ihr seht das hält auch so bombig ja man kann natürlich auch einfach die stiele nehmen und sie dann auch dass sie so nach oben gucken oder so schräg reinstecken und so kann man sich das ganze auch noch oben drauf schön machen dann möchte ich hier noch mal ein bisschen was haben was runter fließt dann nehme ich mir auch da wieder die krampe mit den kleinen erlen kätzchen und ja da kann man einfach einfach gucken was einem gefällt ich bringe dann auch meine schönen kleinen erlen entschuldigung lerchen zapfen an so wie es mir eben gefällt und das ganze ist richtig schlicht aber wirklich hundertprozentig natur ja ihr seht ich bin jetzt ja kann man schon sagen fertig mit meinem anbringen der natur materialien und ihr seht ich habe hier zapfen auch an die außenseite zum teil gemacht hier guckt rosmarin raus hier die eferstände und die erlen kätzchen die laufen hier schön runter und jetzt werde ich noch die zahlen anbringen dazu brauche ich meine kerze und ihr seht dass das hier aus metall ist das heißt dass das hier richtig schön heiß werden hinten und wenn das richtig schön heiß ist dann suche ich mir schnell eine stelle heraus und fügt das ein das muss man ein bisschen vorsichtig machen damit die kerze nicht auf springt und das war es schon und ihr seht die zwei ist super schön zu erkennen ihr seht wie elegant und doch schlicht das aussieht mit den zahlen hier und ich zeige euch das mal auch von oben den kranz in die mitte habe ich nämlich einfach ein zweig lärchen hinein gelegt bzw auch befestigt und auch in die innenseite des kranzes noch einen rosmarin stil hinein manövriert dass er auch eben rund verläuft und dahinter konnte ich dann auch schön meine erlen kätzchen befestigen und ihr seht ja dass das wirklich was hat ganz schlicht natürlich ja jetzt die frage an euch findet ihr das ausreichend so nur mit den natur materialien und eben den schönen zahlen ich persönlich finde ich finde das sehr elegant sehr schlicht aber eben auch komplett natürlich und das ist ja freude anzuschauen das sind alles natur materialien die auch etwas länger halten die ihr dann eben auch in euren in euer zu hause hinein holen könnt und ja schreibt mir das doch mal in die kommentare ob ihr hier irgendwie noch was glitzerndes vermisst sei es jetzt spiegelbeeren oder lametta oder was auch immer würde mich mal sehr interessieren ja schön dass ihr wieder mit dabei wart hier auf unserer nachhaltigen blumenfarm mit neuen deko ideen möglichst nur mit natur materialien wenn ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt dann macht das doch einfach um keine idee mehr zu verpassen könnt mir auch gerne folgen auf instagram oder guckt man auf meine website auch in meinem webshop auf jeden fall erstmal ganz liebe grüße für heute und bis nächste woche drauf ja auch lieber